Irgendwas zu bemängeln? Ich hab mich nicht vorgestellt. Musste auch nicht. Okay. Wir haben ihn ja nicht angehalten. Was? Vloggen. Soll ich gehen bitte? Der läuft weg. Ja du darfst gehen. Der läuft da weg. Dem rede ich nicht mit dem hier. Der wollte sich gerade verletzten gehen. Was zum? Ihr Ernst? Warum stehen wir auf der Straße? Lol. Warum fahren sie uns in unser Auto rein? Wir haben einen Einsatz hier wegen dem Fahrzeug. Ich werd ihnen gleich den Feuerschein entziehen und das Fahrzeug wegnehmen. Wenn sie jetzt nochmal so was machen. Ja, ich wollte dem Herrn ausweilen. Ja, ja. Ausweilen. Und das kriegen wir als Bank dafür, dass wir den Marktplatz überholen. Wir haben eine Leichlerverletzung. Jetzt hab ich eine Schwere. Ja, ja, hier. Gucken Sie mal. Hier steht Polizei an meinem Bein dran. Ja, und mich? Wollen wir Fahrzeug zurück? Ich kann nichts mehr lesen, weil alles verschwommen ist. Ach so, ja, das ist natürlich recht. Wir holen hier ihr Fahrzeug zurück und sie machen so was. Sie sollten mich ein bisschen schämen. Aber ich wollte dem Herrn ausweilen. Nee, das find ich nicht schön für ihn. Ja, also wie mein Kollege schon gesagt hat. Ja, da können Sie hinlaufen. Moment. Lele? 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 Okay, sehr gerne. Das ist nicht ausgleichen. Das ist nicht ausgleichen meiner Meinung. Sie geht erstmal viel zu schnell hier in die Kurve. Schauen Sie sich das an. Ähm, Rekrut Lele? Ja? Sie geben den Fahrer jetzt erstmal für gefährliche Fahrweise ein Bußgeld. Mhm. Er ist mit dem Fahrzeug in uns reingefahren. Das geht gar nicht. Das ist ein Schaden, der er verursacht hat. Dann müsste es jetzt ein Bußgeld ihm geben. Dankeschön. Was von der Höhe? Musst du dir überlegen. Ich weiß es nicht. Also wir haben einen Bußgeld-Katalog, ne? Eine Sekunde. Ich fahr mal ganz kurz in das Bußgeldbuchleine. Eine Sekunde bestimmt. Alter, ich hasse dich grad, ne? Ähm. Ach, der Lighty ist auch wieder down. Ist ein Fahrzeug drin. Gut. Wo fände ich das denn nochmal? Also ich hab da die Zero-One-App. Ja, die hab ich nicht. Mussgeld-Katalog. Dann musst du die mal runterladen. Wie viel ist das? Was hat er nochmal gemacht? Gefährliche Fahrweise im Straßenverkehr. Der Herr wird ungetontig. Beeilt dich mal. Gefährliche Fahrweise? Gefährliche Fahrweise? Er ist gestorben. Ja. Er ist getasert. Er ist getasert. Er ist getasert. Oben, im ersten Stock getasert. Festnehmen? Getasert. Nee, ich bin im anderen Gebäude. 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 Wer ist wieder getasert? Oben, im ersten Stock. Zimmer. Nee, nicht festnehmen. Aber ist doch AP. Nee, wir sind voll habe ich festgenommen. Funktioniert gerade leider nicht. Stell ich mir so Probleme. Moment. Ja, dann sag ich dem AP erst festgenommen. Wenn er dann auf dich schießt, dann... Dann festgenommen der Herr. Ah ja, genau. Jetzt liegt die Waffe wieder? Das hat hier leider keine... Oh. Never stop. Nicht schlicke. Kannst du höherer bistja. Ey, neighbourhood. Hier heißt die Tandemie, guckst du Hölle. ος Mischst du Hölle nicht strand. Hier ist kein R horns. Jetzt liegt die Tandemie. Pass emotions zurück. Ja, schnell. Jetzt ist er dich. Aber gesundern will ich nicht yeten? Falsam. Wo kriegst du schon so ne Musik her? Da hast du sowas nicht zu hören Ich hab aber nicht sowas Ich hab das pflicht Hallo, ich schneide mich rein Ich geb gleich ab von der Helikopter Das läuft jetzt, bist du dran Komm im Takt Voll unsinn